Aber auf jeden Fall habe ich gestern für, ich glaube, 70 Euro so ein Kalax bestellt und für 60 extra Euro Express-Lieferung Same-Day-Delivery bestellt, okay? Weil ich dachte, okay, klar, es ist rausgeworfen, es ist gelten, low-key, aber das ist wiederum worth it, weil es kommt dann quasi gestern, also am Samstag, gestern habe ich es ja bestellt, kommt es direkt an und heute kommt ja Dominik E. zu mir, dann können wir es ja direkt zusammenbauen, plus ich habe Stream-Content. Das heißt, ich habe das quasi in meinem Kopf, habe ich die Extra-Ausgabe als Stream-Content verbucht, okay? Und dann dachte ich so, ja, okay, was sind 60 Euro für Stream-Content, juckt ja nicht, right? Jetzt der Twist, wir haben Sonntag, die Scheiße ist nicht da und ich glaube nicht, dass irgendeine Spedition an einem Sonntag arbeitet, bro. Was jetzt, Bruder, ich hätte Realtor das Normale nehmen können. Ey, no joke, kann man da sein Geld zurückverlangen, was ist, wie läuft das ab?